Musik Am Mittwochnachmittag kam es am Siegener Rosterberg zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befindlicher und der Polizei bereits seit Jahren bekannte 31-jähriger Siegener, hatte dort in einem Mehrfamilienhaus in der Jakob-Heinzer-Links-Straße unter anderem zwei Personen mit einer Waffe bedroht. Der Mann konnte am Mittwochabend gegen 19.50 Uhr von Spezialeinsatzkräften in Gewahrsam genommen werden. Anschließend wurde im Hinblick auf seinen psychischen Zustand stationär in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei stellte bei dem 31-Jährigen eine Schreckschusswaffe, einen sogenannten Polenböller und einen Patronengurt mit Platzpatronen sicher. Bei den von Zeugen wahrgenommenen Knall- bzw. Explosionsgeräuschen in der betreffenden Wohnung dürfte es sich um zwei von dem 31-Jährigen gezündete Polenböller gehandelt haben. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017